Wir sind im Jesaja Kapitel 19. Bevor wir in den Text reingehen, möchte ich erstmal meine ukrainischen Geschwister um Vergebung bitten. Ich habe vor zwei Wochen in der Predigt etwas gesagt, was den einen oder anderen irgendwie in Unruhe versetzt oder verletzt hat. Und da möchte ich gerne noch etwas zu sagen. Ich glaube, dass es einfach dadurch, dass ich zu wenig dazu gesagt habe, es zu falschem Verständnis gekommen ist. Und in dem, was wir hier über die Völker lesen und über die ganze Situation damals von Israel mittendrin in diesem Kampf der Großmächte um Herrschaft, um Einfluss, mit allem, was dazugehört, mit allen Kriegen und den ganzen Koalitionen und dem Ganzen hin und her. Ich sehe schon sehr stark, dass Gott auch in unsere Zeit hineinspricht und das werden wir heute auch nochmal sehen und lesen, wenn wir weitergehen. Ich habe dann aber so etwas gesagt, wie es geht nicht darum, pro- oder anti-Russland zu sein, sondern pro- oder anti-Gott. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, und darum ging es mir auch, dass unsere Identität als wiedergeborene Kinder Gottes ist, dass wir zu Christus gehören. Christus ist unser König und wir sind Bürger des Reiches Gottes, des Himmels. Und daran entscheidet sich alles, bin ich ein Kind Gottes oder bin ich es nicht. Gehöre ich zum Reich Gottes oder gehöre ich nicht dazu? Es entscheidet sich nicht daran, wie ich zu einer bestimmten weltlichen Macht stehe. Sondern es entscheidet sich daran, wie ich zu Gott stehe, wie ich mich zu Gott halte. Und in den ganzen Kämpfen, in denen wir uns befinden in dieser Zeit, geht es auch in der Tiefe nur darum, stelle ich mich zu Gott oder stelle ich mich gegen Gott. Wenn ich mich aber zu Gott stelle, dann heißt das nicht, dass ich in den Kämpfen sozusagen eine neutrale Position einnehme. Sondern Gott fordert mich, wenn ich auf Gottes Seite stehe, auf wessen Seite stehe ich dann? Auf der Seite der Schwachen. Auf der Seite derer, die angegriffen werden. Auf der Seite derer, die verfolgt werden. Ich stelle mich zu dem, der leidet unter der Ungerechtigkeit dieser Welt. Und das möchte ich, dass ihr das wisst, dass wir, dass ich, dass wir, wir stehen an eurer Seite in dieser schweren Situation, in diesem schweren Leben und wir verurteilen aufs Schärfste das, was dieser Krieg, der von Russland ausgeht. Wir stehen dagegen. Aber wir stehen dagegen, weil wir mit Gott gehen, weil wir mit Gott stehen. Und nicht, weil wir irgendwie eine politische Haltung haben, für oder gegen irgendetwas. Und das werden wir noch sehen. Denn wir verurteilen das Böse. Und das ist das, haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt, sagt Gott uns. Und das Böse, wir sehen es in vielen Dingen in dieser Welt. Und wir sehen es, ja, wir sehen es in diesem furchtbaren, schlimmen Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine. Wir sehen es aber auch, wir sehen es auch in diesem furchtbaren Regime, was im Iran herrscht. Wir sehen es in diesen furchtbaren Gewaltherrschaften, alle überall auf diesem Planeten. Wir sehen es in den Kriegen. Wir sehen es in, aber auch im Kleinen, wisst ihr, wir sehen es auch in der Ungerechtigkeit. Im Kleinen, wir sehen es in unserem eigenen Land, in der Gesetzgebung. Ja, wir, die Freiheitlichen, die Guten, wisst ihr, wir sind ja die Guten, aber wir sind nicht die Guten. Die Nationen, die sind alle miteinander. Und das wird am Ende, wir werden zu diesem Tag noch kommen, vielleicht erleben wir diesen Tag noch, wo alle Nationen sich zusammensammeln werden mit ihren Heeren. Sie werden eine große Koalition bilden, alle miteinander, gegen Gott und sein Volk. Da wird keine Nation ausgenommen sein. Wir sind nicht die Guten. Wir sind Erlöste. Wir dürfen zu Gottes Volk hinzugehören und wir sind herausgenommen aus diesen bösen Zusammenhängen dieser Welt und sollen Zeugen sein in unserem eigenen Volk, in unserem eigenen Land. Und darüber hinaus, da wo Gott uns führt, auch im Internationalen geht, hinaus zu allen Völkern. Ja, das ist unser Auftrag. Und unser Auftrag ist zu helfen. Unser Auftrag ist aufzurichten. Unser Auftrag ist zu schützen. Und das wollen wir auch weiterhin tun. Und Geschwister, wie gesagt, wenn ihr Not habt mit dem, was ich hier sage oder was ich sonst auch sage, bitte kommt auf mich zu. Lasst uns reden miteinander, dass Dinge auch klargestellt werden können. Das betrifft auch ganz viele andere. Manchmal sage ich hier Sachen oder wir sagen hier Sachen von vorne. Und wisst ihr, wir sind davon überzeugt, das Wort Gottes, das verletzt mich manchmal. Und das ist gut, weil es meinen Stolz trifft, mein Fleisch trifft. Und dann tut das weh und dann ist es aber ein Schmerz, der zum Heil dient. Aber manchmal sprechen wir hier, verkündigen wir hier das Wort Gottes und ich bin nur ein schwacher Mensch. Ich mache Fehler. Ich spreche Sachen aus, die nicht aus dem Geist gewirkt sind. Und dann verletze ich jemanden auf eine Weise, die nicht göttlich ist, die aus meinem Fleisch herauskommt. Und dann brauche ich Korrektur, Geschwister. Dann brauchen wir Korrektur. Lass uns füreinander beten in dieser Sache, dass wir mutig trotzdem weiter auch das Wort Gottes lesen und verkünden und weitergeben. Auch da, wo es manchmal schmerzhaft ist und schwierig zu verstehen und schwierig ist einzuordnen. Aber lass uns dranbleiben. Ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Worte des ewigen Lebens sind, durch die wir Heil empfangen, durch die wir Segen empfangen. Es offenbart uns Christus, unseren König, der unser Heiland ist, unser Retter, derjenige, der uns heilt, der uns tröstet, der uns aufrichtet, der es gut mit uns meint und der einen guten Weg mit uns geht, durch diese schweren Zeiten. Gott sieht all die Menschen, die leiden unter Ungerechtigkeiten. Und er möchte, dass wir, als seine Kinder, als sein Leib, dass wir uns kümmern, um die, die in dieser Welt so schwer leiden, um die Witwen, um die Weisen, um die Armen und die Schwachen und die Kranken. Der Auftrag ist geblieben. In Deutschland sind wir so stark darauf getrimmt, ja, lass uns den Staat machen. Nein. Der Staat versagt. Der kann es nicht. Die Lehrer sind überfordert. Die Pflegekräfte sind überfordert. Die sind alle überfordert miteinander. Die können das nicht. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Und die Jünger sagen, ich bin auch überfordert. Wir haben nur fünf Brote. Was ist das? Und zwei Fische. Was ist das für so viele? Jesus sagt, komm, bring das doch zu mir. Ich glaube an diesen Jesus, der heil macht. Obwohl eigentlich nichts da ist. Sein Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird uns freimachen. Lass uns im Wort bleiben. Ja, lass uns darum ringen, dass wir das Wort auch richtig verstehen, was es zu mir und zu dir zu sagen hat. Und er hat Trost. Er hat Ermutigung. Wisst ihr, Jesus ist der König. Und davon werden wir heute lesen. Der alles wieder in Ordnung bringt. Das, was jetzt alles irgendwie kaputt ist, alles, was den Bach runter geht, wo du eigentlich keine Hoffnung haben kannst, wenn du dir diese Welt anschaust. Da gibt es irgendwie keine Hoffnung. Aber es gibt Hoffnung, weil Jesus diese Hoffnung ist. Der, der gestorben ist, der im Grab lag, aber der auferstanden ist. In ihm können wir Sieg haben, mittendrin in dieser schweren Zeit. In ihm können wir uns freuen, obwohl wir leiden. In ihm sind wir, wie er sagt, glückselig, ihr Armen. Denn euer ist das Reich der Himmel. Selig, die ihr jetzt trauert. Denn ihr sollt getröstet werden. Selig seid ihr, die ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Denn ihr sollt satt werden. Selig, die sanftmütigen. Denn sie werden das Land besitzen. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihr Lohn wird groß sein im Himmel. Wir wollen in Jesaja 19 hineingehen. Ausspruch über Ägypten. Wir haben uns vor zwei Wochen mit Kusch befasst, beziehungsweise dieses Land der Nubier im Süden Ägyptens. Vielleicht kannst du dir dieses Bild nochmal an die Wand werfen. Die verschiedenen Weltreiche und Mächte in dieser Zeit, dazu gehörte auch Ägypten. Ägypten war in der Zeit davor ein mächtiges Reich gewesen. Und in dieser Zeit hatten aber die Nubier aus dem Süden die Macht ergriffen. Und haben auch Ägypten besetzt. Ne, das ist das Falsche. Das ist jetzt hier, genau, das ist Moab. Im Toten Meer, ich weiß nicht, ob du die andere findest. Und wenn hier über Ägypten jetzt die Rede ist, dann spricht Gott über dieses Ägypten, was, genau, da sieht man es. Die Nubier, die haben aus dem Süden, was heute Nord-Sudan ist, Süd-Ägypten, dort ihr Reich aufgebaut und haben expandiert in den Norden und haben dann dieses ganze Reich im Norden eingenommen. Das ist sozusagen das, was so braun gefärbt ist. Das Rote, das ist die roten Linien, das ist das alte Ägypten, der Einflussbereich des alten Ägyptens. Und sie hatten traditionellerweise auch Einfluss bis da oben in den Norden hinein und haben immer wieder versucht, dort Macht und Einfluss zu gewinnen und standen dann eben in dieser Zeit in dem Kampf mit den Assyrern, die von Osten her aus dem Irak rübergezogen sind und dort ihre Macht ausbreiten wollten. und Israel war genau dazwischen und es ist dieses Hin- und Her-Eiern, dieses Suchen, wo kann ich jetzt Sicherheit finden als kleines Land. Wisst ihr, und das ist das, was wir heute haben, Deutschland. Wir suchen nach Verbündeten in all diesen Kämpfen, in diesen Wirtschaftskämpfen, in diesen Machtkämpfen, in diesen Einfluss, weil es betrifft uns. Wenn wir wirtschaftlich nicht stark sind, dann wären wir ein armes Land, dann geht die Inflation hoch und wir können unser Sozialsystem nicht aufrechterhalten und all das und das geht alles den Bach runter. Also suchen wir danach. Wie können wir an Macht gewinnen? Wie können wir Macht und Einfluss behalten? Wir sind nur ein kleines Deutschland, wir sind nur 80 Millionen Menschen hier. Wir haben nicht viel Gewicht, wir sind nur ein kleines Ländle. Das, was uns stark macht, ist unsere tolle Wirtschaft, die wir uns aufgebaut haben. Mit unseren tollen Sachen, mit unseren tollen Autos, die wir überall hin exportieren. Und wir sind auf der Suche danach. Wo kriegen wir irgendwelche mächtigen Partner? Und ja, deswegen haben wir uns als EU zusammengeschlossen. Europäische Union. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn du hier überlegst, Ausspruch über Ägypten. Wir haben hier, irgendwo ist George da? Ich weiß nicht, ist George da? Wir haben einen Ägypter hier bei uns in der Gemeinde. Ah, da ist George. Guck mal, wenn ich hier lese über Ägypten, dann hörst du das ganz anders. Als wenn wir das jetzt hier lesen. Wenn da stehen würde, Ü, Ausspruch über Deutschland. Wie hört man das dann? Anders, ne? So, aber Ägypten, Deutschland ist nicht, Ägypten vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Gott spricht über dieses Weltreich und er spricht über diese Macht, die sich ja Gott nicht unterordnet. Das ist keine Macht, keine weltliche Macht, die sich Gott unterordnet. Dort werden andere Götter angebetet. Dort werden andere geistliche Mächte gesucht. Aber nicht der Schöpfergott, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Obwohl sie in diesem Land von diesem Gott wussten. Er war ja nicht unbekannt. Sie hatten Rettung und Heil erfahren durch diesen Gott. Damals bei Josef, wenn ihr euch erinnert. Lass uns das jetzt mal lesen hier. Kapitel 19, Ausspruch über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Da beben die Götzen Ägyptens vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern. Gott kommt. Gott sagt, ich komme in dieses Land. Jetzt ist dieses Land stark. Jetzt ist dieses Land mächtig. Jetzt ist dieses Land, ja es scheint alles in Ordnung zu sein. Aber Gott kommt, weil es ist nichts in Ordnung. Dieses Land ist beherrscht von Götzen. Und was sagt Paulus uns? Hinter den Götzen stehen Dämonen. Geistliche Mächte. Der Fürst dieser Welt steht dahinter. Dieses Land ist finster. Es scheint ihnen alles gut zu gehen. Sie sind doch so gut. Sie haben alles. Sie sind so gut versorgt. Sie sind so mächtig und so stark. Es ist alles in Ordnung in diesem Land. Nichts ist in Ordnung. Da regiert der Fürst der Finsternis. Und ihre Stärke haben sie dadurch, dass sie Schwache unterdrücken. Aber jetzt kommt Gott. Und was passiert? Die Angstkrieg kommt hoch. Angst kommt hoch. Da, wo Menschen stark und mächtig und reich sind, wisst ihr, was dann kommt? Die Angst davor, alles zu verlieren. Ich würde sagen, das ist das erste Gericht Gottes über Ägypten, ist eine Kultur der Angst. Und das zeigt sich oft darin, dass man möglichst viele Anstrengungen darin sozusagen unternimmt, sich zu schützen vor dem, wovor man Angst hat. Und dann in Vers 2 eine Auswirkung dieser Angst. Ich will Ägypten gegen Ägypten aufstacheln, dass sie kämpfen werden. Jeder gegen seinen Bruder und jeder gegen seinen Nächsten. Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Bürgerkrieg. Und es fängt oft harmlos an, im Kleinen. Wie gesagt, aus der Angst. Und dann siehst du in dem anderen plötzlich deinen Feind. Und dann ist da eine Auseinandersetzungskultur, wo mit Hass operiert wird, mit Lügen, mit Verleumdungen. Einer gegen den anderen. Jesus hat uns das vorausgesagt, auch für das Ende der Zeiten. Königreich gegen Königreich werden ausstehen. Feindschaft. Und wenn sie sagen, Friede, Friede, so ist doch kein Friede. Wenn du jetzt so manchmal Kommentare hörst, ich habe neulich so einen Podcast gehört über den Nahostkonflikt. Und wie, ja in den 90er Jahren war doch alles toll, da war doch der Friedensprozess. Und dann haben sie den Friedensnobelpreis gekriegt, hier Arafat und Rabbin und so. Und dann ist alles dem Bach untergegangen. Friede, Friede und doch kein Friede. Weil es keine Substanz hatte. Weil es Menschen gemacht war. Königreich gegen Königreich. Das ist die Realität für das Ende. Und hier auch für Ägypten. Ein Gericht für Ägypten ist Bürgerkrieg. Da, wo Gott nicht regiert, wo die Götzen regieren. Ja, dann wird der Feind es so führen, dass Menschen sich gegenseitig als Feinde sehen und betrachten und sich gegenseitig an die Gurgel springen. Dann wird der Geist Ägyptens in seinem Innern verstört werden und seinen Ratschlag willig verwirren. Da werden sie die Götzen und die Totenbeschwörer, die Totengeister und die Wahrsager befragen. Drittes Gericht über Ägypten. Orientierungslosigkeit. Verwirrung. Wie soll es jetzt weitergehen? Und dann suchen sie sich ihre Ratgeber. Überall. Sie fragen aber nicht nach dem wahren, lebendigen Gott. Und ich will Ägypten ausliefern in die Hand eines harten Herrn. Und ein grausamer König wird über sie herrschen, spricht der Herr der Herrscharen. Viertes Gericht. Der Ruf nach dem starken Mann. Und dann kommt er und übernimmt. Ein grausamer König. Ein harter Herr. Und das Wasser wird im Meer versiegen und der Strom wird verdunsten und austrocknen und die Ströme werden stinkend werden. Die Kanäle Mazos, das ist ein anderes Wort hier für Ägypten, was aber auch bedeutet Bedrängnis. Die Kanäle Mazos werden armselig und vertrocknen. Rohr und Schilf werden schwarz. Die Binsen am Nil, an der Mündung des Nil und jedes Saatfeld am Nil verdorrt, wird verweht und besteht nicht mehr. Erklagen die Fischer und es trauern alle, die die Angel in den Nil auswerfen und die auf der Wasserfläche das Netz ausbreiten, werden hinfällig. Und zu Schanden werden die, die Flachstängel zu Gekämmtem verarbeiten und die Webe erbleichen. Und seine Grundpfeiler sind zerschlagen. Alle, die um Lohn arbeiten, sind in ihrer Seele betrübt. Was passiert hier? Fünftes Gericht, Dürre. Und für Ägypten war die Dürre, dass der Nil nicht mehr Wasser getragen hat. Das war etwas Existenzielles, ja. Aber es war auch gleichzeitig die totale, es war die Quelle der Wirtschaft, wisst ihr? Da kam der Reichtum her. Und die Quelle ist vertrocknet und plötzlich stehen sie da und können nichts mehr verdienen, können nichts mehr machen. Und das ganze System bricht zusammen. Und Vers 11 jetzt, das sechste Gericht. Lauter Toren sind die obersten von Zohan, die weisen Ratgeber des Pharao. Ihr Ratschlag hat sich als dumm erwiesen. Wie sagt ihr zum Pharao, ein Sohn der Weisen bin ich, ein Sohn von Königen der Vorzeit. Wo sind sie denn, deine Weisen? Mögen sie dir doch verkünden und erkennen, was der Herr der Herrscher über Ägypten beschlossen hat. Die obersten von Zohan sind zu Toren geworden. Die obersten von Nov sind betrogen. Die Anführer seiner Stimme haben Ägypten zum Taumeln gebracht. Der Herr hat in seiner Mitte einen Geist des Schwindels gebraut, das sie Ägypten zum Taumeln gebracht haben in all seinem Tun. Wie ein Trunken, er taumelt in seinem Erbrochenen. Und Ägypten wird keine Tat mehr gelingen, die Kopf oder Schwanz, Palmzweig oder Binse verrichten wollen. Diese totale Verwirrung, die durchschlägt. Ja, die Weisheit Ägyptens, das war das sozusagen, worunter Ägypten bekannt war. Die Weisen. Da ist Weisheit zu finden bei den Ägyptern. Aber Gott macht die Weisheit der Weisen zu Schanden. Was sagt Gott aber? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, ist der Anfang der Weisheit. Ehrfurcht vor Gott zu haben. So spricht Gott hier sein Gericht über Ägypten aus und zeigt auf, worin sich das alles zeigen wird. Geschwister, und wenn wir diese Zeichen sehen in unserem eigenen Land, dann sollte uns das zu denken geben, oder? Wenn wir diese Dinge sehen, dann wissen wir, ja, es hat was mit unserer Gottlosigkeit zu tun. Mit unserer Götzendienst in unserem Land. Jetzt geht es hier weiter und hier geht es um Ägypten. Wie gesagt, es geht auch tatsächlich um Ägypten. Ganz konkret in diesem, um das Land damals. Es geht aber auch um Ägypten im Laufe der Geschichte. Im Vers 16 geht es weiter. An jenem Tag werden die Ägypter wie Frauen sein. Sie werden zittern und beben vor dem Schwingen der Hand des Herrn der Herrscher, der gegen sie schwingen wird. Und das Land Judah wird für Ägypten zum Schrecken werden. So oft jemand ist bei den Ägyptern erwähnt, werden sie beben vor dem Ratschluss des Herrn der Herrscher, den er über sie beschlossen hat. Zu der Zeit damals, was völlig Undenkbares. Israel war so ein kleines Ländchen. Wie gesagt, Spielball zwischen den Mächten. Jeder, der das im Laufe der Geschichte gelesen hat, hat gedacht, ja, interessant, ja, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Muss man irgendwie geistlich irgendwie auslegen. Diese Passage hier ist Realität geworden. Im Jahr 1967. Im Juni 67. Sechs Tage hat dieser Krieg nur gedauert. Der sogenannte Sechstagekrieg. Ägypten wollte mit großer Macht und vielen Soldaten gegen Israel vorgehen. Gegen diesen jungen neuen Staat Israel, den alle arabischen Staaten drumherum nicht haben wollten. Keiner dieser Staaten hat Israel anerkannt. Wollten alle, dass er von der Landkarte verschwindet. Und Israel hat in sechs Tagen dieses große Herr besiegt. Vers 18. An jenem Tag werden fünf Städte im Land Ägypten sein, die die Sprache Kanaans reden und dem Herrn der Herrscharen schwören werden. Eine wird ihr Heres heißen. An jenem Tag wird mitten im Land Ägypten dem Herrn ein Altar geweiht sein und ein Gedenkstein für den Herrn nahe an seiner Grenze. Und er wird zu einem Zeichen und zu einem Zeugnis für den Herrn der Herrscharen im Land Ägypten werden. Wenn sie zum Herrn schreien, werden wegen der Unterdrücker, dann wird er ihnen einen Retter senden, der wird den Streit führen und sie retten. Was passiert denn hier jetzt? Völlig crazy. Jesaja sieht Dinge, wo seine Zeitgenossen gesagt haben, Jesaja, was erzählst du uns da? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und wenn du in die Geschichte gehst, dann denkst du dir, hm, komisch. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wisst ihr, zum Teil ist das schon, in einer gewissen Weise ist das schon eingetreten in der Zeit nach Jesus, wo das Evangelium sich ausgebreitet hat, auch bis nach Ägypten und viele Menschen in Ägypten auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Aber wirklich so, dass es so geschieht, wie hier steht, ich glaube, das kommt noch. Es wird etwas sein, was im tausendjährigen Reich geschieht. Wenn Jesus wiedergekommen ist und der gerechte König über die ganze Welt sein wird, auch über Ägypten, ein Retter für die Ägypter vor Unterdrückung. Denn das ist unser Herr, ein Retter für die Unterdrückten, auch für die Ägypter. Wenn sie zum Herrn schreien werden, wegen der Unterdrücker, dann wird er ihnen ein Retter sein. Gott ist ein Gott für alle Menschen. Und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder. Das gilt für dich heute. Für dich persönlich gilt das. Wenn du den Namen des Herrn anrufen wirst, dann wirst du gerettet werden. Wirst du Rettung und Heil erfahren. Aus allen deinen Nöten. Aber auch jeder andere Mensch auf dieser Erde. Und das wird, wir erleben diese Rettung als etwas, wo wir geistlich herausgerettet werden aus unserem Elend und überwinden können durch den Geist in aller Not, in allem Leiden, wie wir vorhin gesungen haben. Aber es kommt die Zeit, wo Jesus sichtbar auf die Erde wiederkommen wird und wo er alle Ungerechtigkeit beseitigen wird. Wo Rettung ganzheitlich erfahrbar sein wird. Der wird den Streit führen und sie retten. Er wird für uns kämpfen. Und wir werden stille sein. Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben. Und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Was für eine Zukunftsverheißung ist das? Was hat hier Jesaja für eine krasse Offenbarung? Die Ägypter werden den Herrn erkennen. George schreit Halleluja. Sie werden den Herrn erkennen. Alle miteinander. Dann werden sie dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und sie erfüllen. Und der Herr wird die Ägypter schlagen, schlagen und heilen. Warum muss denn Gott all diese Gerichte an diesen Nationen ausüben? Aufgrund ihres Hochmuts, oder? Darum ging es in Jesaja immer und immer wieder. Der Hochmut führt Menschen dazu, sich von Gott loszumachen. Der Hochmut führt sie dazu, sich selbst groß und stark zu machen. Der Hochmut führt sie dazu, die Schwachen zu unterdrücken. Der Hochmut ist es, der Stolz. Gott steht dem Hochmütigen entgegen und erniedrigt den Stolzen. Wisst ihr, wenn wir stolz auf unsere Nation sind, ohne Gott, dann sind wir auf dem Holzweg. Wenn irgendetwas Gutes in unserer Nation ist, dann kommt es von Gott und ihm allein die Ehre dafür. Er wird die Ägypter schlagen. Gott wird die Deutschen schlagen, Geschwister. Gott wird die Deutschen schlagen. Er wird Deutschland schlagen. Ich sage es euch. Das kommt. Es ist schon da. Müssen wir Angst davor haben? Nein. Wenn du dich birgst bei dem Herrn der Herren, wenn du Rettung und Heil suchst bei ihm, kannst du jetzt schon Rettung und Heil finden und Schutz und Geborgenheit in ihm. Und dennoch, die, die zu Christus gehören, gehen in dieser Zeit, in dieser Welt durch Leiden. Was wir hier nicht haben werden, ist ein Fünf-Sterne-Hotel Deutschland. Wellness-Urlaub Deutschland. Nein. Das gibt es nicht. Das gibt es für eine Zeit, für die Reichen, für die Starken, für die, die sich durchsetzen, für die, die die Spiele der Macht spielen können. Ja, für die gibt es das. Für eine Zeit lang. Aber dann ist finito. Und dann kommt das Gericht. Deswegen, lass unsere Herzen nicht darauf ausrichten. Auf den falschen Frieden. Lass uns unsere Herzen ausrichten auf den wahren Frieden mit unserem Herrn. Lass uns in ihm stärken, denn er stärkt uns. Er ist mit uns in allem Leiden. Er ist mit uns und tröstet uns, ermutigt uns, gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Das Gericht kommt über Deutschland. Ich sag's euch. Wir werden nicht ungestraft bleiben als Nation. Aber hier steht, Gott wird sie schlagen, schlagen und heilen. Er ist der Heiland. Auch für Deutschland, ja. Für unser Land, für die Menschen in diesem Land ist er der Heiland. Und für alle anderen Nationen genauso. Das, was ich jetzt über Deutschland sage, das kannst du auf deinem Land anwenden, wenn du so willst. Und sie werden sich zum Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. Ist das nicht eine wunderbare, wunderbare Verheißung? Sie werden sich zum Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. Das gilt für deinen Nachbarn. Das gilt für deine Verwandtschaft. Das gilt für die Menschen, die du kennst, nah und fern. Sie werden sich zum Herrn wenden und der Herr wird sich erbitten lassen und wird sie heilen. Und jetzt sieht Jesaja in das tausendjährige Reich unter der Herrschaft des Königs Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, für all unsere Sünde, für all unsere Gottlosigkeit und er hat uns gerettet dadurch. Und er wird regieren. Und was passiert in dieser Zeit? An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und Ägypter nach Assur kommen. Die Erzfeinde, die um die Macht kämpfen gerade, wie wild. Jesaja sieht was ganz anderes im Geist. Er sieht den wahren Frieden unter der Herrschaft des Königs Jesus. Und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. Gott wird König sein. Das ist das Reich Gottes, das Königreich Gottes. Gott wird regieren. Gott, der die Liebe ist. Gott, der der gerechte, heilige Gott ist. Gott, der der barmherzige Gott ist. Er wird regieren. Er wird die Herzen der Menschen regieren. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein, mit Ägypten und mit Assur. Ein Segen inmitten der Erde. Das ist Gottes Plan. Denn der Herr, der Herrschan, segnet es und spricht, gesegnet, sei Ägypten, mein Volk. Wow. Und Assur, meiner Hände Werk. Und Israel, mein Erbteil. Wow. Das ist das Friedensreich unter dem Friedefürsten und der Herrschaft Christi. Und wir sagen, ja, Halleluja, das wollen wir. Lass uns Frieden machen. Lass uns irgendwie eine Friedenskonferenz machen. Lass uns die Länder zusammenrufen. Ja, der amerikanische Präsident soll sich hinsetzen und sie zusammenrufen und sie sollen Frieden schließen miteinander. Hey, um wen geht es? Um Christus. Er macht das. Er wird das machen. In ihm finden wir zu diesem Frieden. Unter seiner Herrschaft werden diese Völker zusammenkommen und sie werden dem Herrn dienen. Ohne ihn. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Scheinfriedensreich des Antichristen. Ich hatte so ein tolles Erlebnis. Vor zwei Jahren waren wir auf einer Pastorenkonferenz in Süditalien und da waren wir an, das ist, da geht es zu den Alpen so hoch, so, da unten ist die Ehe-Tiefebene von Venedig und dann geht es dann so die Berge hoch und da haben wir gewohnt und dann sind wir einmal nachmittags mit den Pastoren, mit den Brüdern sind wir zusammen auf den Berg gefahren und da war ein Monument sozusagen, ein, wie sagt man, so Freilichtmuseum und zwar haben sie da diese Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg, da haben die Soldaten Schützengräben in die Felsen reingehauen, ich weiß nicht, was die da für Schweiß und vergossen haben, um diese, teilweise sind das Gänge auch durch die Felsen durch und dann, wie gesagt, in den Felsen und das zieht sich da über eine ganze Strecke, das ist echt cool, da drin rumzuwandern und die haben das dann teilweise jetzt auch so aufbereitet, dass sie dann da auch so Sandsäcke hingesetzt haben und so Stacheldraht, sodass man das so ein bisschen so nachempfinden kann, wie das damals da so war und die wollten immer oben sein, on the top, wollten immer oben sein, weil von oben kannst du auf die, die unten sind, schießen, gut schießen und die, die von unten kommen, die haben immer schwere, schlechte Karten, also haben sie immer darum gekämpft, da oben zu sein, die Italiener gegen die Österreicher, die Amerikaner, die haben dann mitgeholfen und die Franzosen und die Deutschen auf der anderen Seite, und da waren wir nun, gingen durch diese Schützengräben, italienische, französische, deutsche, amerikanische, österreichische, Pastoren, nee, Uli, nee, wir haben keinen Krieg geführt, wir waren im Frieden miteinander unter dem einen König Jesus, der on the top ist, das war für mich so ein starkes Bild, ich habe gedacht, wow, ja, das ist es, unter dem einen König Jesus, Völker, die verfeindet waren, Deutschland, Frankreich, Erzfeinde, über Jahrhunderte hinweg, immer Krieg, immer um das Land gekämpft, aber in Christus können wir eins sein, können wir, unter dem König Jesus gibt es Frieden und es wird Frieden, es ist nicht nur eine Möglichkeit, ja, es ist eine Möglichkeit für uns heute das schon zu erleben, zu erfahren, aber es ist die Realität, die kommen wird, Jesus kommt wieder, wisst ihr, er ist gekommen, so wie die Propheten angekündigt haben, er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat, er hat den Jüngern gesagt, ich werde nach Jerusalem gehen, sie werden mich kreuzigen und ich werde am dritten Tag auferstehen, ist es passiert? Es ist passiert und er hat gesagt, ich werde wiederkommen, wird er wiederkommen? Amen, er wird wiederkommen und er wird regieren und er wird uns mit hinein und jetzt dürfen wir darauf hoffen und diese Hoffnung, die trägt uns Geschwister in diesen harten und schweren Zeiten, in diesen Zeiten, wo wir gerüttelt und geschüttelt werden, diese, das ist der Trost, mit dem wir uns trösten sollen, gegenseitig ermutigen sollen, Jesus wird wiederkommen, er kommt, um seine Braut herauszuretten aus dem Gericht, was über diese Welt ausgegossen wird und er wird kommen, um dann mit uns zusammen auf diese Erde zu kommen, um ein Reich aufzurichten des Friedens, das Reich Gottes unter der Herrschaft Gottes, wo wir alle zusammen ihm dienen werden. Wir lesen noch die letzten Verse hier in Kapitel 20, ein ganzes Kapitel noch. In dem Jahr, in dem der Tartan nach Aschdod kam, als Sargon, der König von Assur, ihn gesandt hatte und er gegen Aschdod kämpfte und es einnahm, in dieser Zeit redete der Herr durch Jesaja, den Sohn des Armuts. Also Sargon ist einer dieser Assur-Könige und ja, sie sind bis nach Aschdod, das ist heute Gazastreifen, Philister, das Land der Philister. Die haben da alles eingenommen und sind später auch bis nach Ägypten, sie haben auch Ägypten eingenommen. Und Gott redete mit Jesaja und was sagt er ihm? Geh und löse das Sacktuch von deinen Hüften, Jesaja hatte Sacktuch an, als Zeichen der Buße, als Zeichen der Trauer in schweren Zeiten, Zeiten des Gerichts Gottes, nicht nur über die Völker, sondern auch über Israel, über Israels Götzendienst. Und ziehe deine Sandalen von deinen Füßen und er tat, es ging nackt. Das bedeutet jetzt nicht, dass er total nackt ging wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich heißt es nur, dass er ohne Obergewand ging. Nackt und barfuß ging er drei Jahre lang als Zeichen und Wahrzeichen über Ägypten und über Kusch. Der Prophet wird selber zum Zeichen. Geschwister, wir sind berufen, seine Zeugen in dieser Welt zu sein. Wir sind nicht nur berufen dazu, Zeugnis abzulegen. Wir sind nicht nur berufen davon, das Evangelium weiter zu sagen, sondern wir sind berufen dazu, Zeugnis zu sein. Für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, für die Macht und Kraft Gottes, für die Herrschaft des Auferstandenen in unserem Leben. Jesaja hat das gemacht, Gott hat es zu ihm gesagt und er hat es gemacht. Das heißt nicht, dass wir jeden wirren Gedanken, den wir haben, ausführen sollen. Wir sollten das prüfen, Geschwister. Aber manchmal ist es auch gut, ein Zeichen zu setzen in dieser Welt. Ein Zeichen für Gott, ein Zeichen für die Wahrheit, ein Zeichen für die Gerechtigkeit. So wird der König von Assur die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten von Kusch wegtreiben. Also da, wo die Mächte noch im Streit gegeneinander lagen, hat Jesaja klar gesehen, Ägypten, vergiss es. Leute, Israel, vertraut doch nicht auf Ägypten. Assur wird sie platt machen. Die Israeliten haben gesagt, die Judäer haben gesagt, ach Jesaja, die Ägypter sind stark, auf die kann man sich verlassen, das sind gute Bündnispartner. Wir sollten ein Bündnis mit denen schließen, die sind stark und mächtig und die können uns schützen vor den Assyrern. Und Jesaja sagt, hat das schon vorausgesehen. Die werden platt gemacht. Verlass sich nicht auf die. Junge Männer und Kreise nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß zur Schande Ägyptens. Und sie werden schreck erfüllt und beschämt sein wegen Kusch ihrer Hoffnung und wegen Ägyptens ihres Stolzes. Und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tag sagen, siehe, so ist es mit unserer Hoffnung, zu der wir um Hilfe flohen, um vor dem König von Assur gerettet zu werden. Wie sollten wir da entrinnen? Er zitiert hier die Philister. Die sagen, ja, wir haben auf sie vertraut, sie waren unsere Hoffnung, sie waren unser Stolz, sie waren diejenigen, die uns retten sollten, aber jetzt sind sie weg. Und wo ist unsere Hoffnung jetzt? Und Gott sagt zu uns, wo ist deine Hoffnung? Wer ist dein Stolz? Wer ist dein Retter? Nimm deine, setz deine Hoffnung auf den einen, der der wahre Retter ist. Apostelgeschichte 4 Vers 12 Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Allein Jesus, er ist meine Hoffnung, er ist mein Stolz, er ist mein Retter. Niemand anders. Amen.